Zuerst entfernen wir den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie wir den Schlitter aus meiner Auge ziehen. Und lässt jeden sprechen, kniet vor dem ersten Besten nieder und richt ihm mit seinem Hemd die staubigen Füße. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Hänkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar. Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage.